Es gehört zu den größten technischen Entwicklungen in der Geschichte. Das drahtlose, tragbare Kommunikationsgerät, das vermutlich gerade nicht allzu weit von Ihnen entfernt ist. Es sollte ein Instrument für alle Menschen werden. Wir wollten, dass die Leute auf dem Weg zur Arbeit die Zeit für Telefonate nutzen können, statt sie im Stau zu vergrüßen. Mobile Technologien waren am Sturz von Diktaturen beteiligt, haben die Situation in Entwicklungsländern massiv verändert. Und die größten Konzerne der Welt kämpfen um diesen Markt. Aber die Erfindung des Handys hat uns alle verändert. Unsere zentralen Kulturtechniken, also das Teilen und das Kommunizieren, ändern sich radikal. Ich konnte es nicht weglegen. Ich war völlig kribbelig, wenn ich zehn Minuten lang mich drauf gesehen hatte. Unser soziales Verhalten wandelt sich direkt vor unseren Augen. Ich telefoniere damit, meine Frau hat eines in der Hand, die Kinder nutzen ihre Geräte und wir sprechen nicht miteinander. Wie ist das Handy entstanden? Und wie hat sich unsere Welt dadurch verändert? Es ist nur wenige Jahrzehnte her, da konnte man nur ortsgebunden miteinander telefonieren. Das Mobiltelefon hat die Menschen erstmals von ihrem Standort unabhängig gemacht. Es ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Noch vor einem Vierteljahrhundert konnte das niemand ahnen. Der Mensch und sein Gehirn können sich zum ersten Mal in der Geschichte augenblicklich und weltweit in jegliche Kommunikation einschalten. Das ist sehr bedeutsam. Aber unser komplett mobiler und vollvernetzter Lebenswandel fordert auch seinen Tribut. Die tägliche Mediennutzung junger Leute liegt heute im Durchschnitt bei siebeneinhalb Stunden. Das hat enorme Auswirkungen auf das soziale und kulturelle Leben. Sehr vieles von dem, was uns zu Menschen macht, läuft mittlerweile über Handys und Smartphones. Wir haben es rund um die Uhr bei uns. Das muss Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und die Kultur haben. Um zu begreifen, wie dieses kleine Gerät die Welt grundlegend verändern konnte, müssen wir zurückblicken, wie es immer mehr Funktionen übernommen hat. Die Idee mobiler Kommunikation gibt es schon lange. Bereits vor 90 Jahren erscheint diese deutsche Karikatur einer Telefonunterhaltung auf offener Straße. Ebenfalls in Deutschland entsteht in den 1920er Jahren erstmals etwas, das man Mobilfunk nennen könnte. Die Zugtelefonie. Noch wesentlich ortsunabhängiger wird das Telefon, als man es in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg in Autos einbaut. Allerdings ist dann im Kofferraum kaum noch Platz für Gepäck. Bevor es aber echte Mobiltelefone für die breite Masse gibt, sind zwei Probleme zu lösen. Sie müssen vor allem viel kleiner werden. Und man braucht mehr Funkfrequenzen. Der Platz im Äther ist schon knapp. Heute steht dieses Gebäude leer. Dabei ist hier die Technologie der Funkzellen entwickelt worden, ohne die es heute keine Handys gäbe. Bis dahin hatte man eine leistungsfähige Antenne auf einem hohen Gebäude mitten in der Stadt, die das ganze Stadtgebiet abdeckte. Wir teilten aber dieselbe Fläche in viele kleine Funkzellen auf. Damit waren die Frequenzen mehrfach belegbar. So konnte auf demselben Kanal in ein paar Kilometern Entfernung ein weiteres Gespräch stattfinden. Es gab nicht genügend verschiedene Funkfrequenzen. Aber mit vielen einzelnen Funkzellen könnte man wirklich unterwegs telefonieren. Wir lösten das Problem, wie das Funktelefon im Netz gefunden wird und in andere Funkzellen wechseln kann. So konnte man von Zelle zu Zelle fahren und telefonieren, ohne dass das Gespräch abbrach. Revolutionär! Der Übertragungsweg ist gesichert. Jetzt braucht man die entsprechenden Geräte. Bei Motorola erkannten sie ihre Chance. Während AT&T, die größte US-Telefongesellschaft, das Netz aufbaute, würde Motorola die tragbaren Telefone dafür liefern. Wir beschlossen, AT&T die Stirn zu bieten. Aber wenn eine kleine Firma aus Chicago den größten Konzern der Welt herausfordern will, muss sie etwas ganz Besonderes bieten. Als erstes habe ich mit Industriedesignern gesprochen. Wir werden ein tragbares Mobiltelefon bauen. Die wussten gar nicht, wovon die Rede ist. Es bekam gleich den Spitznamen der Schuh. Das Ur-Handy. Das erste tragbare Telefon. Schwer und sehr einfach, was die Funktionen angeht. Man kann sprechen und hören, auflegen und anrufen. Martin Cooper leitet damals die Entwicklung dieses Telefons. Er ist auch der allererste Mensch, der mit einem Handy telefonieren darf. Dieses Gespräch 1973 gilt in der Tat als das erste Mobiltelefonat. Es war allerdings noch im Versuchsstadium. Damals kam Martin Cooper, einer der Chefs von Motorola nach New York, und präsentierte in Manhattan das Mobiltelefon, wie er es nannte. Mobil war es allerdings kaum. Es bekam den Spitznamen Schuh, weil es so riesig wie ein großer Herrenschuh war. Er ruft einen Journalisten an, der sich darüber wundert, weil Cooper beim Telefonieren eine Straße überqueren kann. Das Konzept des Handys funktioniert. Übrigens bin ich während des Gesprächs auf die Straße getreten und man musste mich retten. Denn zum ersten Mal ist jemand mit Handy fast von einem New Yorker Taxi angefahren worden. Unser erstes Ziel war es, ein bequemes Autotelefonsystem zu bauen. Aber als Motorola und Martin Cooper mit dem Handy ankamen, war beim Thema Mobilfunk plötzlich noch viel mehr drin. Sie hielten das für die Lösung beim Autotelefon. Wir sahen es als Instrument für alle Menschen. Mobilität erschöpft sich nicht im Auto. Man sollte sich überall hin bewegen können. Amerika ist zwar die Wiege des Mobiltelefons, aber anderswo ist man bald schon viel weiter. Komplizierte Vorschriften und Regulierungen verhindern noch viele Jahre lang die Verbreitung des Mobilfunks in den USA. In den 70er Jahren waren wir weltweit führend beim Mobilfunk und in den 80ern hatten wir immer noch keine systematische kommerzielle Nutzung, wie andere Länder. Wir verloren Jahre, weil wir die gesetzlichen Grundlagen nicht schaffen konnten. Der Durchbruch der neuen Technik gelingt nämlich in einer ganz anderen Gegend der Welt. Hier in Lapland sind die Entfernungen groß. Da braucht man Handys und mobile Kommunikation zum Überleben. Im nördlichsten Teil Europas erleben die Handys ihren ersten Boom. Dank der Zusammenarbeit mehrere Länder. In Skandinavien passierte etwas sehr Interessantes. Funktechniker aus Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland haben sich auf einen gemeinsamen Standard geeinigt, wie diese Mobiltelefone betrieben werden sollten. Man konnte dann sogar hier in den Bergen telefonieren, auf dem Meer und von Auto zu Auto. Es hat wirklich super funktioniert. Der Netzstandard war so gut, dass man überall in Finnland und in ganz Skandinavien empfangen hatte. Das wurde zum Modell für grenzübergreifende Netzverbindungen, das, was man heute Roaming nennt. In den USA ist das Gegenteil der Fall. Dort hat beinahe jede Stadt ihr eigenes Handynetz. Es hat sozusagen ihre eigene Telefon-Netz. Der gemeinsame skandinavische Telefonanbieter NMT ist eine Weile lang der größte der Welt und ebnet den Weg für den künftigen Giganten der Branche. Nokia war im 19. Jahrhundert gegründet worden und fertigt auch Papier oder Gummi. Überraschenderweise war Nokia Ende des 20. Jahrhunderts dann ein führender Elektronikkonzern. Nokia wird zum Vorreiter des Mobilfunkmarktes. Das hat die Firma vor allem diesem Mann zu verdanken. Nokias Visionärer-Chef Jorma Olila schlägt 1992 einen riskanten Weg zu einer neuen Ära ein. Nokia soll die Welt von der analogen in die digitale Telefonie führen. Mit einem digitalen Telefon kann man nicht nur sprechen, sondern damit auch Daten übertragen. Alle großen Wettbewerber, Motorola, japanische Firmen, auch Ericsson, setzten weiterhin auf die bewährte Analogtechnik. Die digitale würde erst später kommen. Wir waren neu im Geschäft, aber uns ist 1991 oder 1992 klar geworden, dass hierin eine große Chance lag. Wir mussten als Erste auf das digitale GSM setzen. Olilas Strategie ist äußerst gewagt. Er setzte alles auf eine Karte, aber der spektakuläre Erfolg gab ihm Recht. Nokia wurde zum größten Handyhersteller der Welt. Dies ist das erste Modell, das die Dimensionen dieser Strategie erahnen lässt. Das war der Kassenschlager. Jetzt verstand jeder die Bedeutung von GSM. Die Verkaufsprognose für dieses Modell war 400.000 Stück. Los geworden sind wir davon 20 Millionen. Und zwar mit einer revolutionären zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeit, per SMS, als Kurztextnachricht. Mati Makkonen hat die allererste verschickt, wovon er oft in Schulen erzählt. Was ich genau in dieser SMS geschrieben habe, weiss ich nicht mehr. Jedenfalls nichts Geschäftliches. Eher sowas wie, hallo. Mit SMS konnte man mit einem Telefon was anderes als bloß sprechen. Das war der erste Schritt hin zum Allround-Gerät. Niemand ahnte, welche Lawine mit SMS losgetreten würde. Wir dachten bei den Kurznachrichten vor allem an geschäftliche Anwendungsbereiche. Zum Beispiel könnten Außendienstmitarbeiter damit Nachrichten an die Zentrale schicken. Aber interessanterweise finden wir in der Technologiegeschichte oft, dass die Anwender entdecken, worin der eigentliche Nutzen liegt. SMS ist dafür ein gutes Beispiel. Bis Mitte der 90er Jahre können sich eigentlich nur Geschäftsleute ein Handy leisten. Doch dann wird es zum Alltagsgegenstand, gerade auch für junge Leute. Bei den Jugendlichen hat das Handy dann eingeschlagen wie eine Bombe. Denn entweder gehen sie zur Schule, wo Erwachsene sie auf Schritt und Tritt beobachten, oder sie sind zu Hause in ihrem eigenen Reich, haben aber keine Möglichkeit zu privater Kommunikation. Durch das Handy war das mit einem Schlag vollkommen anders. Nun können junge Erwachsene und Teenager direkt mit ihresgleichen Kontakt aufnehmen, ohne dass man es mitbekommt. Sie schreiben ihre Nachrichten lautlos und unbeobachtet unter der Schulbank. Deshalb waren Handy und SMS zusammen so ein durchschlagender Erfolg. Erstmals kommen Zweifel auf. Und Langzeitstudien erhärten sie später, dass Handys nicht ausschließlich positive Auswirkungen haben. Viel Telefonierer beginnen sich zu fragen, ob Handystrahlung langfristig gefährlich ist. Und auch der SMS-Stil wirkt sich auf den Satzbau und die Rechtschreibung von Jugendlichen aus. Doch dann bekommen die Handys eine weitere Funktion, die niemanden von uns kalt lassen würde. Das allererste Foto-Handy wird im Jahr 2000 in Japan verkauft. Die Kamera bietet uns neue Ausdrucksmöglichkeiten und wird ein Instrument zur Erniedrigung von anderen. Das Kamera-Handy löst eine Welle von Katzenfotos, Sonnenuntergangs- und Restaurantbildern aus. Ganz zu schweigen von den Selfies. Doch bald stellt sich heraus, dass man es auch für wichtigere Dinge verwenden kann, als Informationsquelle im Journalismus. Das ist wohl die größte Story, an der ich bisher gearbeitet habe. Sie war besonders dramatisch, da wir von den Menschen direkt vor Ort Informationen geliefert bekamen. Auf eine nie dagewesene Art und Weise. Der Terroranschlag auf die Londoner U-Bahn vom 7. Juli 2005 traumatisiert ganz Großbritannien. Aber er war auch der Beginn einer neuen Art von Berichterstattung. Auf dem Weg zu unserer 9 Uhr Besprechung gab es erste Gerüchte, dass irgendwas in der U-Bahn passiert war. Um 9.20 Uhr platzte der Chef um Dienst herein und sagte, die Sache mit der U-Bahn ist anscheinend was Großes. Wir sollten dazu was machen. Zuerst treffen Augenzeugenberichte per E-Mail ein, dann auch Videos direkt aus der U-Bahn. Ungefähr um halb zwölf erhielten wir das Bild des Tages. In diesem einen Bild ist die Bedeutung von Inhalten, die die User selbst herstellen, besonders deutlich geworden. Mich hat dieses Bild aus dem Video sehr berührt, in dem die Menschen durch den Tunnel laufen. Weg von der Dunkelheit, dem Chaos, dem Durcheinander von der Bombe in der U-Bahn. Für mich fasste dieses Bild alles zusammen, auf eine sehr eindrückliche Weise. Zum ersten Mal sind dann Bilder wie dieses in unsere journalistische Arbeit eingegangen. Ein echter Meilenstein. Normale Bürger werden zu Journalisten und das Mobiltelefon ist wie dafür gemacht. Denn nun tragen alle Menschen ständig Geräte mit sich herum, mit denen sie überall Bilder und Videos machen können. Sie sehen etwas, nehmen es auf und verbreiten es in der Welt. Das hat es zuvor in der Menschheitsgeschichte nicht gegeben. Zu sehen, wie eine Bombe explodiert oder der Tsunami in Asien das Hotel überspült, und das ist nur möglich, wenn jemand diese Bilder dort direkt mit dem Kamerahandy aufnehmen kann. Der nächste Entwicklungsschritt des Handys, die Verbindung des Telefons mit dem Internet, wird im neuen Jahrtausend zum absoluten Knüller, zur Revolution in der Telekommunikation. Alle namhaften Handyhersteller bringen mehr oder weniger smarte Geräte heraus. Aber als am denkwürdigen 7. Januar 2007 dieser Mann die Bühne betritt, haben diese Handys alle etwas gemein. Sie sind überholt. Der Mann ist Steve Jobs. Er ist der Boss von Apple. Und in seiner Tasche hat er ein Gerät stecken, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Wir wollen herausfinden, wie es zu diesem ersten wirklichen Smartphone kam. Die Geschichte seiner Entstehung beginnt im Silicon Valley. Wir sind hier am Infinite Loop. Dort befindet sich die Designabteilung unter Johnny Ive. Und im ersten Stock ist das iPhone maßgeblich entwickelt worden. Fred Vogelstein berichtet als Reporter seit vielen Jahren über Computer, Technologien und Telekommunikation. Er hat als echter Kenner ein Buch über Apple geschrieben und wird dennoch selten in dieses Gebäude gelassen. Apple hält seine Entwicklungen sehr geheim. Selbst die meisten Angestellten von Apple waren noch nie hier in den Räumen von Haus Nummer 2. Das Team, das die Firma in eine ganz neue Business-Ära führen wird, arbeitet hinter diesen Fenstern. Monat für Monat breitete sich dieses supergeheime Projektteam hier im Gebäude weiter aus. Wer nicht hinzugezogen wurde, stand als Außenseiter da. Die iPhone-Entwicklung war innerhalb des Apple-Konzerns streng geheim. Und selbst im Team wussten nur wenige über alles Bescheid. Sogar die Hardware-Entwickler durften nicht wissen, wie das Endprodukt aussehen sollte. Der Einzige, der Zugang zu allem hatte, war Steve Jobs. Andy Grinion gehörte als Chef-Entwickler zu den Auserwählten. Er erinnert sich an das Arbeitsklima während der heißen Phase. Allen Beteiligten war klar, dass wir auch nachts und am Wochenende arbeiten mussten, sogar an den Feiertagen. Selbst an Weihnachten saßen welche im Büro. Das war stressig, aber andererseits blühten die Leute dabei richtig auf. Denn jeder kleine Schritt, der erledigt war, bedeutete einen Adrenalinstoß. Rann an das nächste Thema, auf in den Kampf. Der Apple-Guru Jobs setzt mehrere Leute auf dieselbe Aufgabe. Er will einen Wettstreit um die beste Lösung. Jobs enthüllte das iPhone bei der Macworld-Messe Anfang Januar 2007. Er trat auf die Bühne und sagte... Er sprach von den verschiedenen Geräten, deren Symbole hinter ihm an die Wand projiziert wurden. und wiederholte... Es sind drei Geräte in einem. Es heißt iPhone. Aber das iPhone ist längst noch nicht fertig. Nur wenige wissen, wie kritisch die Sache ist. Die Entwickler waren in Wirklichkeit ganz schön nervös, und zwar aus gutem Grund. Denn bei den Proben in den Tagen zuvor war Jobs das iPhone jedes Mal abgestürzt. Das Smartphone war noch so fehlerhaft, dass die Präsentation nur klappen würde, wenn Jobs dabei eine ganz bestimmte Reihenfolge genau einhielt. Den goldenen Weg. Hatte Jobs einen Teil der Vorführung absolviert, nahm der dafür verantwortliche Programmierer einen Schluck Whisky. So überstanden wir die Show. Das iPhone setzt mit diversen Innovationen einen neuen Standard. Steve Jobs wollte unbedingt ohne Eingabestift auskommen. Wer hat schon immer einen Stylus bei der Hand? Und keine Tasten, außer der fürs Ein- und Ausschalten. Alles andere läuft über den Touchscreen. Das iPhone hat vieles radikal verändert. Bis dahin gab es eigentlich nur ein Telefon, dem irgendwie das Internet aufgepfropft wurde. Als Steve Jobs das iPhone vorstellte, präsentierte er ein echtes Multimedia-Erlebnis. Bei Nokia in Finnland sieht man die Vorführung und ist wenig beeindruckt. Viele Konkurrenten hielten das iPhone für ein Spielzeug, ein Strohfeuer. Sie übersahen dabei die Macht des Designs. Blackberry, Microsoft, Nokia, sie alle hatten sehr funktionelle Geräte, aber jeder wollte ein iPhone. Beim Verkaufsstart sah es so aus, als ob die Beatles auftreten würden. Leute übernachteten vor den Läden, um ein iPhone zu ergattern. So etwas hatte es noch nie gegeben. Den Großen der Branche wird bald klar, dass die Zukunft Steve Jobs und seinem Konzept gehörte. Neue Giganten würden die alten ersetzen. Hätten wir bei Nokia mehr tun können? Klar. Aber hätte das genügt? Das weiß ich nicht. In den folgenden Monaten und Jahren bekommt das Smartphone immer neue Funktionen und ersetzt viele andere Geräte. Es wird unser ständiger Begleiter und ist so vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser. Über GPS und Funkzellen weiß es außerdem immer genau, wo wir sind oder wie wir an unser Ziel kommen. Und die Handys finden zueinander. Ich verwende Apps wie Jacks oder Scruff. Ich habe damit gerade mit ihm hier Kontakt aufgenommen. Mal sehen, ob er antwortet. Online ist er jedenfalls. Ich hatte schon mal eine Beziehung durch diese App, allerdings nur kurz. Dating-Apps sind Mini-Programme für die Partnersuche. Sie haben die zwischenmenschlichen Beziehungen revolutioniert. Durch Handys und Technik können sich die Leute spontan kennenlernen und sich ihre Wünsche sofort erfüllen. Dafür gibt es jetzt Online-Dating-Programme. Die vielen derartigen Apps nutzen die Standortbestimmung. Grindr wird 2009 speziell für Homosexuelle herausgebracht und macht diese Handy-Funktion populär. Du loggst dich ein und siehst, wer in der Nähe ist. Wenn dir jemand gefällt, nimmst du Kontakt auf. Man legt in der Online-Dating-App ein Profil an und bekommt passende Leute angezeigt, die in derselben Gegend sind. Dann nimmt man per SMS Kontakt auf. Das war eine positive Neuerung. Es ist mehr als nur eine Dating-Website, wo man nicht weiß, wie weit der andere entfernt ist. In San Francisco etwa findet sich in der Nähe immer schnell ein anderer User dieser Apps. Ich rufe die App auf und suche die, die in der unmittelbaren Umgebung sind. Also die alle. Null Kilometer entfernt. Ganz nah. Also eigentlich genau hier. Ganz abgesehen von den sexuellen Vorlieben hat das Smartphone aus dem Online-Dating eine echte Massenbeschäftigung gemacht. Das hat sich wirklich deutlich ausgewirkt. Schon bis 2011 ist Online-Dating zur zweithäufigsten Methode geworden, einen potenziellen Ehepartner zu finden. Die Technik wird zum Bestandteil unseres Lebens. So ist es auch nichts Ungewöhnliches mehr, mittels Handy einen Partner zu finden. Genauso wie Online-Banking oder Shopping oder Steuern bezahlen. Alles findet online statt. Auch die Partnersuche und das Flirten haben sich verändert. Manchmal nehme ich einfach zu ein paar Leuten Kontakt auf und dann ist es wie beim Angeln. Wer zuerst anbeißt, mit dem unterhält man sich und schaut, was passiert. Eine neue Ära. Die Leute nehmen sich keine Zeit mehr zum Kennenlernen. Die Online-Dating-Apps haben zu einer Shopping-Mentalität geführt, bei der man sich einfach schnell mal eine Frau oder einen Kerl sucht. Wie läuft die Unterhaltung? Schleppend. Anscheinend bin ich nicht gefragt. Die Technologie der Apps mit Positionsbestimmung ist nicht sehr kompliziert. Genau das hat auch negative Seiten. Seth Schoen von der kritischen Electronic Frontier Foundation weist darauf hin, dass wir mit dem Handy als ständigem Begleiter vielleicht mehr über uns preisgeben, als wir wollen. Mobilgeräte sind heutzutage wohl die größte Bedrohung unserer Privatsphäre. Vor allem, weil sie unseren Aufenthaltsort preisgeben. Diese Drohne über dem Hyde Park in London demonstriert, wie die Inhalte unseres Smartphones in falsche Hände geraten können. Die Software scannt gerade alle Smartphones der Leute hier in der Nähe und speichert exakt, wer sich wann wo aufhält. Mit diesen Infos könnte man jetzt auch illegale Dinge tun. Um sich auf einfache Weise gegen solche Eingriffe zu schützen, sollte das WLAN im Smartphone immer abgeschaltet sein, sobald man aus dem Haus geht. Wenn man das WLAN angeschaltet lässt, was erfahrungsgemäß die meisten von uns tun, sucht das Handy ständig nach allen Verbindungen, die man jemals aktiviert hat. Es gibt auch handfeste kommerzielle Interessen an den WLAN-Verbindungen in unseren Smartphones. Als wir gerade die Straße runtergingen, kamen wir an einem Geschäft vorbei, das so statistische Daten von seinen Kunden sammelt. Nur dieser kleine Aufkleber hier weist darauf hin. Wir nutzen Euclid Analytics. Unsere Handys lassen sich ohne große Investition leicht ausspionieren. Deshalb werden ständig irgendwo Daten von uns abgegriffen. Ich habe einen kleinen WLAN-Adapter für meinen Laptop, der genau dasselbe kann wie diese Firma. Und den habe ich für 30 Dollar gekauft. Wo sind denn noch Sensoren postiert? Hier an der Straße, im Krankenhaus, vom Staat irgendwo platziert oder an einer Drohne? Die alle können solche Informationen sammeln und weisen nicht mit einem Aufkleber darauf hin. Im schlimmsten Fall könnte ein Staat mithilfe der Mobiltechnologie sein eigenes Volk ausspionieren. Zum Beispiel bei einer friedlichen Demonstration in der Innenstadt. Da können sie mit solchen Drohnen alle Anwesenden registrieren. Aha, diese 5000 Handys waren bei dieser Demo. Das merken wir uns. Einen dramatischen Fall hatten wir am Maidan, in Kiew, in der Ukraine. Da bekamen alle Leute, die an einem bestimmten Tag dort waren, eine SMS. Lieber Kunde, sie sind als Teilnehmer einer Massenunruhe registriert worden. Also da hatte jemand nicht nur die technische Fähigkeit, über die Mobiltelefone rauszufinden, wer alles am Maidan gewesen war. Sie wurde auch angewendet und die Leute waren identifiziert. Das ist sehr beunruhigend. Mit den Mobiltelefonen hat man uns bequeme Alleskönnergeräte in die Hand gegeben. Als Gegenleistung geben wir enorm viel von uns preis. Die Geräte verraten auch, welche Leute zur selben Zeit am selben Ort waren. Auch wenn wir nicht wollen, dass unsere geschäftlichen Besprechungen, Aktivitäten bei Bürgerinitiativen oder unsere Arztbesuche öffentlich werden. Im Mobilnetz bleiben diese Übereinstimmungen und Verbindungen nicht geheim. Und es gibt noch weitere negative Folgen der Handy-Revolution, sowohl psychologisch als auch sozial. Unser Leben hat sich dadurch in vielerlei Weise gewandelt. Tausende Dinge laufen dadurch anders ab. Wir haben aber auch ein wenig von unseren sozialen Umgangsformen der Ära vor den Handys verloren. Ich telefoniere damit, meine Frau hat eines in der Hand, die Kinder nutzen ihre Geräte, aber wir sprechen nicht miteinander. Das ist eine sehr süchtig machende Technologie. Man kann dieses kleine tragbare Wunderding kaum noch aus der Hand legen. Neuere Studien belegen, dass wir inzwischen rund 200 Mal am Tag zum Smartphone greifen. Wir verbringen täglich 195 Minuten damit, also rund einen ganzen Tag pro Woche. Bei vielen liegt es nachts immer griffbereit neben dem Bett. Es muss mit auf die Toilette und einmal einen Tag ohne das Handy, das Haus zu verlassen, können sich die wenigsten überhaupt noch vorstellen. Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass der Umgang mit unserem Handy zu handfesten Problemen führen kann. In den Bergen über Seattle, im amerikanischen Bundesstaat Washington, wird dagegen etwas unternommen. Restart heißt eine idyllisch und abgeschieden gelegene Einrichtung, in der sich Menschen behandeln lassen, die ihre Smartphone-Nutzung nicht mehr unter Kontrolle haben und süchtig geworden sind. Hier ist ein Aufenthaltsraum für die Jungs. Und da ist unsere öffentliche Telefonzelle, wenn sie mal zu Hause anrufen wollen. Das Fortschrittlichste, was Restart an Kommunikationsmitteln zu bieten hat. Ja, das ist unser Telefon. Kein Fernseher, kein Computer, kein Handy, keinerlei Elektronik. Zuerst denkst du, das schaffe ich. Am zweiten Tag vermisst man den Online-Zugang. Am dritten Tag ist es schon richtiger Entzug. Schrecklich. Das Schlimmste ist, sich darauf einzustellen, keinen Zugang zur Datenautobahn mehr zu haben. So hat man früher gesagt. Ich klinge alt. Hier sind überall Sport- und Fitnessgeräte. Die Jungs müssen alles hinter sich lassen. Wir entgiften sie. Viele der Betroffenen haben lange Zeit in totaler Isolation vor einem Bildschirm verbracht. Soziale Kontakte hatten sie nur noch online, beim Gaming, in sozialen Netzwerken oder per SMS. Hier haben sie persönlichen Kontakt zueinander und kommunizieren nicht über einen Bildschirm. Meistens sind es junge Männer, die mit einer Technik-Sucht kämpfen, die sich oft aus exzessivem Videospielen entwickelt hat. Das Smartphone hat das Problem noch verschärft. Diese Abhängigkeit entsteht, wenn das Belohnungssystem im Gehirn überreizt wird. Man sendet eine SMS, freut sich auf eine Reaktion, empfindet eine eintreffende Antwort als Belohnung und es wird etwas Dopamin im Gehirn ausgeschüttet. Und das nur bei einer SMS. Smartphones sind kleine Computer, die man immer bei sich haben kann. Und je intensiver die Belohnungen, die man dabei empfindet, desto schneller wird man davon abhängig. Man denkt, ich schalte es einfach aus. Aber einen Alkoholiker befreit man auch nicht von der Sucht, wenn man ihm rät, sein Bier wegzukippen. Das löst das Suchtproblem nicht. Und es entstehen bereits neue Abhängigkeiten. Daniel Bowman ist der erste Brite mit der Diagnose Selfie-Sucht. Ich konnte es nicht weglegen. Ich war völlig kribbelig, wenn ich zehn Minuten lang nicht drauf gesehen hatte. Zig Stunden pro Tag habe ich vor dem Spiegel verbracht und massenhaft Fotos von mir gemacht. Ich wollte in meinen Facebook- und Twitter-Profilen perfekt aussehen. Einige positive Kommentare haben mir nicht gereicht. Ich habe immer mehr Fotos von mir gemacht. Schließlich waren es 200 Selfies pro Tag. Da war ich 16 und hatte gerade mit der Therapie angefangen. Man sieht einen Trend, dass die Leute aus dem Posten gar nicht mehr herauskommen. Sie definieren sich über die Anzahl von Gefällt-mir-Einträgen und die Kommentare der anderen. Vielen Teenagern geht es so. Sie suchen immer Bestätigung. Dass sie ein tolles Leben führen oder wie schön sie sind. Das ist der heutige Lebensstil. Und leider kann der für viele Menschen sehr schädlich sein. Auf der Suche nach dem perfekten Selfie lernt er die Schattenseite der sogenannten sozialen Netzwerke kennen. Ich hatte rund 3.700 Freunde bei Facebook und fand das toll, weil ich dachte, ich sei sehr beliebt. Aber dann merkte ich, wie grausam Menschen sein können. Hier sind solche unschönen Kommentare. Mal wurde ich einfach als schwul abgetan, mal als hässlich beschimpft oder ausgelacht. Die jungen Männer bereiten sich nach dem Aufenthalt bei Restart auf ein Leben vor, in dem technische Geräte nicht alles sind. Man setzt sich Ziele für die Zeit nach Restart, sodass man gesund bleibt und nicht wieder abhängig wird. Ich werde vieles löschen. Die Spiele und die sozialen Netzwerke-Apps. Werde versuchen, mich zu beschränken und nicht Stunden damit zu verbringen. Das ist ein großes Problem in der Jugendkultur. Wir lachen und sagen, ich bin süchtig nach meinem Handy. Es soll ein Witz sein, aber es ist die Wahrheit. Das Handy hat auch seine Schattenseiten. Unsere Gesellschaft ist süchtig nach Geschwindigkeit. Wir haben verlernt, über uns selbst nachzudenken und mit anderen direkt umzugehen. Viele sagen, das sind doch tolle neue Möglichkeiten. Ich sehe das anders. Ich glaube, wir sind zu schnell unterwegs und in die falsche Richtung. Jede neue Technologie und jedes neu entwickelte Kommunikationsmittel erntet auch Kritik. Die Leute lehnten auch das Kino ab. Du meine Güte, was wird das mit unseren Kindern machen? Sie sitzen den ganzen Tag in diesen stickigen, dunklen Seelen, sehen Filme und werden moralisch verwahrlosen. Nein, alles hat zwei Seiten. Nichts im Leben ist nur positiv, nichts nur negativ. Das Mobiltelefon hat die Gesellschaft umgekrempelt. Welche Folgen das langfristig haben wird, ahnen wir noch gar nicht. Wir leben in einer interessanten Übergangszeit. Niemand würde soziale Kontakte und freien Zugang zu Informationen ablehnen. Diese Geräte helfen uns, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln. Aber genauso wie bei übermäßigem Fett, Zucker oder Salzkonsum müssen wir Strategien entwickeln, uns zu beschränken, um gesund zu bleiben. Das trifft auch auf soziale Netzwerke, Informationsüberfluss und das immer Online-Sein zu. Wenn Sie ohne Auskommen und zufrieden mit Ihrem Leben sind, brauchen Sie kein Handy. Aber würden Sie auf Ihres wirklich verzichten? Das trifft auch auf soziale Netzwerke, Informationsüberfluss und das immer.